und leute und ein rechtes schlumpf zu der 52 folge beiden heavy farmers ja in der letzten folge sind wir ja immer noch ein paar blenden aber wir haben wenigstens verstärkung und ich sagen let's go so muss ja gleich folgen ja ich bin steh schon mal bereit ja 90 prozent ja wir fahren die waren noch zu ende und dann sollte noch reingehen so wie komme ich jetzt hier zum lm rechts und links rum zur straße und dann noch mal links jetzt ich dachte rechts rum ja oder fahr rechts um auf diesen feldweg den jörg jetzt blockiert man einfach nach links wer danach kommt ein riesiges gelände wo tausende sachen draufstehen und dort ein biegen und danach findest du es ja schon selber das ist eine routine der fährt sich ja gerade irgendeinen ziemlichen scheiß zusammen ich merke es gerade wie er arbeitet eigentlich hallo wie sind wir den ersten lkw an die technik hat das so modernde geräte werden desto mehr ist die technik technik anstrengen wo ist zimmer hier gut 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 würde ich mal sagen ich habe da eigentlich schon erfahren dass jetzt ein neuer wieder also ein sogenannter momento wo ist er ein herren kündel jetzt auch hier unterwegs sein sollte man schon wieder jemanden neues die rest man noch nicht bekannt ja weil ich habe gerade nachricht bekommen dass ja ein josef knibbel jetzt hier unterwegs ist ja das ist ein neuer ganz komischer kerl ich habe den bisher nur betrunken erlebt also er war betrunken was macht er eigentlich dann jetzt hier auf der kirche als was aber gibt ja praktikanten überall mal so wo er gebraucht wanderarbeiter na super wanderarbeiter naja hast du das land nicht verfehlt oder bist du dran vorbeigeschossen bin ich ich weiß ja wo das lu ist hätte es sein dass du dran vorbeigeschossen ist nach dem feld noch ein anderes feld pappeln zu häxeln oder war es das dann ich weiß es nicht ich schaue gerade kurz mal auf die karte also ich weiß es nicht also der kunze sagt nur was was ich hier die 143 das wäre ernten auch von einem anderen feld hat er nichts gesagt und von einem anderen feld ist mir auch gar nicht mal bekannt dass wir ein anderes feld noch haben ich habe auch schon längst den überblick verloren wer welches feld hier besitzt weil das meiste hat der gemeinde ja schon gehört wer die gemeinde hat glaube ich noch einige pappelfelder in diesem neue hall ernte reis ich weiß ich habe gerade selber dass zum beispiel die 154 132 vielleicht gerade noch ne 132 ja die 66 33 sind dann schon 11 paul sind aber zurzeit weiß ich mir dass das wir als k-spachen nur die 143 haben derzeit als feld ein pappel ja gut wenn wir das ding abgeendet haben dann ja kommen wir alles wieder rein dann weil ich glaube ich die anderen feld gehören uns gar nicht mehr an das sind wir ja einen anderen bauern vermietert oder genau hey ist die 154 an den dunkelblauen ich glaube ich glaube hier ist zu viele bahn sind das jetzt auch nicht mehr ne nee das geht jetzt hier ganz arg auf den rest die bahn werden jetzt auch jedes mal kürzer ja dann herbert du kannst bald hin und zurück zum hof fahren weil ich glaube den resten machen wir jetzt schneller nee das passt hier locker in deinen lkw rein also echt? ja, kannst abdrehen und dann noch nach hause düsen das ist jetzt wieder eh alles locker flockig rein und so ich denke nicht mal weil wir haben das für das ganze Feld knapp bin ich glaube ich 3,4,5 mal hin und her gefahren oder 3,2,3 mal hin und her gefahren ja das ist locker flockig weg so dann wenden wir einmal wieder so ich hoffe nicht dass es ich hoffe echt nicht dass es nicht wie der Cousin oder der Bruder von Enzo Moretti ist ich hätte ihn so gehasst damals als er hier war in Alpkirch der Enzo Moretti das ist der Bruder der Cousin von Toni Moretti oh man der war schreck von dem hört man auch nix mehr ich bin auch wenn ich nicht so sein werde aber ich bin mal bin ich echt froh weil der hat uns an Wahnsinn getrieben gehabt weißt doch nur da war doch irgendwas mit den Bankkonten und Bankkonten eingefroren oder da war ich ja im Urlaub oder keine Ahnung also da ist es ähm ich weiß nicht also ich denk mal dass es vielleicht sogar er selber war und er halt uns einmal schaden wollte weil wir ihn alle wahrscheinlich abgewiesen hatten immer wieder dass er an uns sich rächen wollte weil er hat da einfach von allen von allen Höfen das Geld einkassiert ja irgendwas war da ja ja ähm und danach hat er uns halt gedroht etc pp die aber da hast du auch nix mehr von gehört es ist auch irgendwie alles im Sande verlaufen ja es hat ja damals noch der Skiwi äh als Polizist aktiv und der Karlsmann als Bürgermeister wir haben bei dem Beruf ja äh aufgegeben aufgegeben und das ist natürlich und da ist es natürlich weggegangen ich bin jetzt noch nebenbei am abklären der Nutzer hat deinen Channel betreten Servus Jungs Ahoi Servus Ahoi und habe ich gerade einmal gerade selber am überlegen ob ich dann einfach auch wenn ich nebenbei noch bei äh wenn ich nebenbei noch arbeite dass ich einmal das nebenberuflich als Polizist noch anfange ja das ich selber na gut auch wenn ich wahrscheinlich kaum eine Seite habe Hauptsache dann äh wenn was ist dann kann ich mich dann dran setzen Polizist ist gar nicht mal so schlecht ja also das Kifi das ja eher nur noch so nebenberuflich auch bloß noch macht ja weil ich hätte natürlich mache es dann auch noch selber nebenberuflich weil ich bin als Hauptberuf bin ich bei der Karlsbach aktiv mhm und dann als Nebenberuf natürlich dann als Polizist ja gut wann haben wir mal nix zu tun wo es zu sein immer zu tun meistens aber das sind manchmal kleine Arbeiten mal häckseln auch wenn es mir immer Spaß macht weil ich auch mal abwechseln haben von Feldern naja klar weil jeden Tag mal auf dem Felder machen in anderen Fahrzeug mal da mal da ist für mich jetzt auch schon irgendwie Routine und langweilig geworden deshalb habe ich mir gedacht der Beruf wäre frei ganz fun hier und da denke ich natürlich schon nach das kannst du nebenbei da kannst du einfach abwechseln haben statt jeden Tag auf dem Feld oder zum Beispiel damals wo der Enzo also dein Bruder glaub ich war es oder Toni ja Enzo mein Onkel ja ok dann Enzo ach Gott ey Bruder Eng Cousin Onkel Alter Hilfe ey ist er meine Onkel ach Gott ähm ja der hat dich dazu verleitet oder was nee ich habe jetzt keinen Plan wie ich gerade darüber gewechselt bin ach Gott sinnlos manchmal bin ich kapper äh aber trotzdem Abwechslung das macht man auch ganz gut eigentlich wenn man mal Abwechslung hat vom Alltag das ist richtig ja weil genau jetzt weiß ich jetzt weiß ich warum ich warum ich Enzo mal Red mit reingenommen hatte ähm und wir waren damals äh am Krass Einfahren und oah das war für uns da hatte ich so gar keinen Bock unten die ganze Zeit hin und her zu tucken mit dem Ladewagen also das war so langweilig für mich wo ich dachte na super da das ist so viel diese Sachen noch zum Einfahren ja manchmal ist es eintönig das stimmt das stimmt das habe ich jetzt stelle ich jetzt auch grad fest nachdem ich ja seit Stunden Mais hier aufs Feld bring das ist einfach ein wenn man den ganzen Tag du wirst nicht fertig ne und ne man hat doch der Kunz noch weiter gemäht während Karlheinz Mann und ich am Einfahren man hat er noch weiter gemäht und noch beide gespart hat und ich danke ja danke ey äh ich hätte vielleicht andersrum fahren sollen ne aber gut na komm schön rüber schön rüber haben was was ist denn mit diesen Wanderarbeiten mit diesen Knüppel oder wie er heißt das frage ich mich auch ja irgendwie ist das schon bissle weiss auch nicht war das schon bei euch ja gut außer dem einmal ne das ist einmal halt wo der ja genau wo sie treffen war mit der ja hier ist eine komische Kiste hier alles einfangen ab zum Hof ich rufe gleich mal den Enzo an ja Gott Mann wie ist das denn gerade Enzo ja jetzt hast du ihn drin ne den Enzo Lecomio Deinen Träumen verfolgt nicht der nö verkeilung was der macht also da fährt er mit seiner alten Kiste da durch die Gegend ne ja der ist ein Knüppel oder ja ich sehe gerade der steht hier am am Landhandel also am nicht am Landhandel am Händler am ehemaligen ah ok in der Stadt oder hm ja vielleicht sucht er ein ordentliches Auto mal also mit welchem Fahrzeug ist überhaupt du unterwegs kann ich meine was mal sagen naja der hat irgendeinen Pkw ein Pkw hat er jetzt? ja oder Pkw ah ok nur durch den alten Lanz da oder? oder was? so ein Uraltteil am besten direkt mit dem Lanz einem überall rumtuckern bum 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 er hat mehr Krach gemacht und gestunken als er gefahren bist du ja wir haben ja zur Zeit nur eine begrenzte Aussage von Pkws zur Zeit in Altkirch ja über Land brauchst du mit dem Lanz auch nicht anfangen naja ich glaub nicht am beruf mag das noch alles sein aber wenn du über Land fahren willst ich bin schon beide unterwegs also wenn dieser Lanz noch wie viel fährt der? 30 34 irgend sowas ne ich glaub nicht soweit ich weiß fährt er knapp 15,20 umdrehung naja egal wie auch immer ich glaub wenn du da einmal von A nach B fährst und das knapp 150 km sind äh viel Spaß würd ich mal sagen 55 km braucht man eineinhalb Stunden und mit dem Land 3 Tage ne gut 3 Tage das ist übertrieben 1 Tag knapp 5 Stunden vielleicht naja wie auch immer naja wie auch immer in der BGA ist nix rausgekommen bei uns wir hatten einfach nix mehr zum reinkippen ja gut wir machen grad Zuckerrüben oh das ist gut Rübenschnitzel hast du Zuckerrüben hast du nicht zufällig noch rumliegen ne leider nein aber wir hätten einen Schnitzler bei uns gehabt ja gut haben wir jetzt auch gekauft ah hätt ich doch was gesagt ja ja gut du musst aber bedenken wir müssen dann erst zu euch rüber fahren Benutzer hat deinen Schnitzel gegeben naja ihr fährt her und bringst euch wieder zurück ja aber im Endeffekt kannst du ja auch bei uns abholen wenn du bei dir was in die BGA reinschütten willst ja gern weil die ist leer seit Tagen da ist nix mehr ist ja schade drum ne ja richtig ich mach mich jetzt drum dass ein paar Rübenschnitzel hergestellt werden dass der Ludwig wieder ein bisschen glücklicher wird der ist nämlich zur Zeit weiß nicht ja weiß auch nicht den kauf mit dem Kirovets den hat er noch nicht ganz verkraftet ach ein Kirovets ne das uff ok weiß nicht warum er den nicht mag hm vielleicht hat er da mal mit der Mama reden vielleicht hat er da irgendwie so ne Phobie oder sowas wegen so russische Fahrzeuge weiß ich nicht ja eigentlich sind meistens die russische Fahrzeuge vielleicht auch wenn sie ihr sagt ähm äh die russische Fahrzeuge taugen nix trotzdem können die russ taugen ne achja gut dann erkundige mich gleich mal nach dem gut ich bin mal ganz kurz aus dem Funk raus ich geh mal runter zum äh ja ok alles gut möcht ich das ach ne komm ich bleb drin das passt schon oh Gott Sinn machs keine so Passagat Luft im LKW ja hinne hab ich auch Luft so ich bin dann wieder auf meinem Hof alles klar bis dann tschüss Benutzer hat deinen Channel verlassen achja gut dann schau ich mal ob ich gleich einen Ronny irgendwie anrufe so ein Tracker müsste so eine Sonderausstattung wie eine Hängematte haben Channel geswitcht äh schau ich mal drinnen äh schau ich mal drinnen russ da russ 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 da da russ so dann warten wir kurz mal auf den Rückruf oder auf den Anruf vom Benutzer hat deinen Channel betreten Willkommen bei der Karspacher-Akla auf der Alkir der nächste freie Mitarbeiter wird gleich wie sie da sind bitte haben sie einen Moment gedeutet vielen Dank Jörg Wagner Karspacher-Akla Wollte schon anfangen mit Fluchen weil sagst du ich soll anrufen dann ruf ich an erst mal hier Worte schleife ich dachte ich ich fahr aus ich fahr aus allen Himmeln naja soweit ich mich jemand anrufe ist das immer automatisch das kann ich gar nicht auch nicht mal abstellen Jajajaja na gut jetzt zurück zu sagen warum ich dich fahrwoll ähm natürlich hab ich's nochmal mit dem Kunze gesprochen ähm wegen dem Polizistenjob oder nebenberuflich das zu machen da wollte ich mich jetzt mal erkundigen du bist jetzt grad der Bürgermeister sein ne hoffentlich ja hab ich das zwar nicht verwert ha nice da wollte ich mich jetzt mal erkundigen ob das jetzt möglich wäre mit dem Polizisten ich glaub das noch nebenberuflich zu machen da wollte ich es noch ah alles möglich alles möglich ja ähm so mal wollen wir uns dann kommt drauf an was du zahlst warum soll ich auf einmal was zahlen du willst doch was von mir wieso ah na gut da müssen du nimmst das ja eh wieder mit irgendwie das weiß ich das weiß ich was du bist du es machst du ja gar nicht ja gut wie auch immer ähm man muss halt vielleicht an der Gemeinde treffen oder ich bin gerade in der Hande gar gerade nicht wenn über Telefon nicht ja dann lassen wir uns auch gleich alles Telefon mischen ab klar äh ja muss ich jetzt irgendwie so die Bewerbung jetzt hier so aufsagen oder äh alles alles habe Datum Kontostand wo kann ich das Geld abholen abheben Fint Nummer ich habe die Daten vom Kunze du kannst das machen kein Problem einberuflich müssen wir gucken wie weit da schon ähm was du so machst äh Führerschein hast du ja ich muss sowieso alle Fahrzeuge fahren können äh und so Pistole kriegst du nicht ja Nachstock gibt es auch nicht Pfefferspech gibt es vielleicht doch ein Baseballschläger ah ja nein gibt es auch nicht äh nebenberuflich eigentlich müsstest du bei einem Mob beruflich mitlaufen da wir keinen haben bis haben wir keinen der einzige Polizist der jetzt noch da ist aber das auch quasi oder mehr oder weniger nebenberuflich macht ist der Skiffy ja genau ich habe auch etwas gehört dass er da das jetzt nebenberuflich irgendwie noch macht ja weil das hat jetzt ansonsten auch jetzt noch nebenberuflich gemacht äh ja ansonsten ist es gut ja wenn du nichts zu tun hast mal eine Verkehrskontrolle oder so ein Blödsinn ja kannst du ruhig alles machen ja ich weiß schon ich habe schon erahnt und keine Sorge äh genau dann könnte ich eigentlich gleich mit dem Dienst anfangen oder 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 wenn du wenn du Dienstklammer ich glaube nicht dass wir Dienstklammerten in deiner Größe da haben wenn du nichts zu tun hast äh wenn du jetzt frei bist dann muss ich doch mal zur Gemeinde fahren und mal gucken ob noch Klamotten da sind ja ich würde mich auch erst mal direkt auf den Weg zur Gemeinde machen weil wir haben gerade die Pappe fertig geerntet achso und da wäre ich jetzt frei deshalb hätte ich jetzt direkt mal nebenbei erst mal angefangen und ja da komme ich jetzt erst mal zur Gemeinde würde ich sagen ja 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 dann mache ich gleich mal zur Gemeinde alles weiter alles rein bis gleich Benutzer hat deinen Channel verlassen. So, ist gerade der Kunze frei? Kunze ist nicht frei, okay. So, dann fahren wir mal, würde ich sagen. So, ich würde sagen, ich freue mich schon auf den Job. Vielleicht würde ich es dann sogar in den Hauptberuf machen, wer weiß. Wenn ich den Cashback aufklebe, naja gut, aber Cashback würde ich auch nicht dabei auch nicht aufkleben. Aber ich glaube, dass wir uns schon irgendwie reden, würde ich sagen. Das wird man noch schauen, würde ich sagen. Das wird man noch schauen. So, jetzt fahren wir auf den Punkt. Yes, wir haben den Job. Ja, mit dem Job würde ich sagen. Haben wir jetzt auch noch. Yes, yes, yes. Ich freue mich auf jeden Fall. Ähm. Da bin ich mir direkt mal zur Gemeinde rein. So. Ich freue mich auf jeden Fall. So. Ich freue mich. Ich freue mich halt. Ich freue mich, halt. Ja gut. Ich freue mich auf jeden Fall. So, jetzt mal Geste werden wir hier rum. Jedes eingefiefer soll. So. Ich freue mich auf jeden Fall. So, dann packen wir einmal hier ein, stoßen einmal schön ran, gut, dann sehen wir unten. Jetzt muss ich auch mal eine Kunze-Freue ist. Wo ist jetzt der Kunze hin? Hilfe, Kunze verloren. Kunze, gut, gut. Da. Der ist ja ein ZW-Funk. Das heißt, ich muss ja per ZW-Funk sprechen. Kunze, hörst du mich per Funk? Auf Empfang. Grüß dich. Also, jetzt hätte ich so ansonsten angerufen, aber ich habe gerade gesehen, dass du irgendwie gerade im Funk drin bist. Lass ich es mal mit dem Anruf. Also, hör zu. Ich treme mich jetzt gleich mit dem Ronimau in der Gemeinde und werde dann wahrscheinlich mit dem Polizeijob, also noch Polizistenjob nebenbei dann gleich noch anfangen. Okay. Die Pavlen sind fertig geahntet. Hackschnitzende haben wir alles im Silo eingefahren. Oh, klar, dann kann ich die heute noch zu Dylan bringen. Dass du da jetzt auch auf dem aktuellsten Stand bist, der Dinger. Ah, super. Gut, dann wir sehen uns, ne? Dann tschau tschau. Ciao. Channel geswitcht. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Hehehehehe. Na gut. Ähm. Ah. Ich freue mich. Auf den Jey. So. Hohen wir uns doch. Ah komm. Hohen wir uns was leckeres. So. Ach ja. Erstmal gemütlich. Eure Wurst essen. Lecker. Eure Wurst empleier. O19. Tschau. Schrau. Vielen Dank. 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 Na ja... Da kommt schon der Ronny Moir angeschossen. Ja... Ja, es ist so glücklich, wenn wir oben haben... Also... Moin... So... So... Ja... Ja... Das ist ja... So... Ja, genau...